Ich habe auch einen schlussenden Effekt, weil das wüsste ich, oder? Er hat 14 Kills. Ja, war ja auch ein Monster. Die spinnen die Römer. Die spinnen die Römer, Asterix. Darf ich liebenswürdig zu ihm sein? Ich wollte dich gerade darum bitten, mein lieber Senryu. Mein lieber Senryu. Hörst du nur, uiuiuiui, liegt derjenige da weg. Mach keine Geschichten, stell dich hinten an wie die anderen. Hey, was? Der Typ, zu dem du so liebenswürdig warst, ist ebenso liebenswürdig zu mir. Darf ich auch zu ihm liebenswürdig sein? Natürlich. Held doch mal deinen Kinn ein bisschen an, mein lieber Düner-Roller, damit ich dich so richtig stünde. Boah, Alter. Und das ohne Lernsaft. Hey, die Map gibt's ja auch noch. Stimmt ja, da war ja was. Ja, das mag ich dir aber in dem Modus nicht. Also finde ich irgendwie cool. Ich mag die. Ja, am wenigsten so. Oh, hab ein. Yo. Oh. Alle. 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 Tut mir leid. Alles, alle. Ach, jetzt gibt's ziemlich richtig, aber ich gebe's ihnen. Na. Ich wollte da reinziehen, dass die den nicht kriegen. Du Lümmel, Alter, ne. Mit seinen scheiß Doppler-Waffen. Hab ihn zwar aber eher, mich leider auch. Nein, jetzt nicht alle sterben. Doch. Oh. Oh. Ja gut, dann glaube ich lieber. Hab ihn. Hab ihn. Oh, geil. Hab den anderen, der dich gekillt hat. Ich hoffe, die Palernets nur drauf. Haben die? Ja. Ja. Nein, ich war doch in dem Staubsauger-Scheiß da. Wieso haben die mich treffen können? Nein. Leute, schieß drauf. Jo. Ja, die haben das Ding. Ja. Hab einen. Hab einen. Na, der kommt nicht so ganz voran, weil ich den mit dem Haftbomben zurückhalte. Nee. Ja, ich bin sehr, sehr passiv hierbei. Ach, hab ihn. Schade. Nein. Hab er doch nicht. Wie lame. Aber der Effekt mit Glücke war wohl 1A ausgewählt von mir, weil ich auch zu oft sterbe. Jo. Der hat mich geonehitted mit einer Doppler. Auch schön. Wie auch immer. Jawohl, der hat mich schon wieder. Der wusste ja. Ich hab einen. Hab einen. Ja, sehr schön. Ach, Mann. Jetzt ist die Reich... Ich hab irgendwie das Gefühl, dass die, wenn die diese Goldfisch-Kanone schießt, dass die viel mehr Schaden macht. Nee. Einfach nee. Ich hab mich jetzt geholt hab. Gut. Das ist explodiert. Aber keiner von denen ist gestorben. Und jetzt auf einmal alle beide? Toll. Toll. Komm her, du Lümmel. Hab ihn. Nein! Warum ist denn jetzt der Teammate weggelaufen, Mann? Hätte man doch auch gehen können. Genau den jetzt. Ja. Ja, hat den Spider-Man, ne? Ja, klar. Wahnsinn. Wie da? Genau dasselbe. Immer wenn ich irgendwo spawne, stehen da plötzlich zwei Stück und wohl vorher keiner da war. Hab den, äh... Ja, sehr schön. Wollte ich schon sagen. Wollte ich ihn euch doch, ey. Schwimm einfach mal ganz schnell da hinten hin. Hab den, äh... Das interessiert grad keinen. Ich komm nicht weit. Hier, schnell, 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 schnell. Färb, 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 färb. Geil! Der war's. Der schummelt sich einfach durch. Sagt, ich soll mitkommen. Es war einfach keiner da. Wo ist denn das denn jetzt? So geil. Ja, wenn man sich zu sehr aufs Kämpfen fokussiert, der war schuld. Aber jetzt hat's da auch so geil direkt geschickt. Einfach einfärben, zack. Und so gewinnt man tatsächlich auch oft ganz am Anfang. Das finde ich auch total geil. Du fängst einfach mal auf. Schau mal ran. Die kämpfen. Du nimmst das Ding einfach. Und zack. Hinten durch. Gewonnen. Ei. Was war das denn jetzt, ey? Vor allem noch so kurz vor Ende mal eben. Ja, okay. Dann hauen wir eben durch. Zack. Fertig. Der K.O. Sieg. Jo. Die Spider-Mans waren ziemlich ätzend. Ja. Und der Doppler von denen sogar noch am meisten. Der mit der. Äh. Diese weiße Doppler da. Mit dem Spider-Man. Ja, der hat mich oft gewonnen. Wenn der weiß, wie man damit aimen kann. Ja. Ja, ich ähm. Folg grad so ein YouTube-Kanal. Der macht mir zwischendurch mal Shorts von dem Spiel. Und. Was der für ne Treffer-Genauigkeit hat. Egal welchen Gegner der anvisiert. Der, der. Immer. Der trifft immer. Das ist echt krank. Und der spielt noch nicht mal so aufmerksam. Also der kann dabei labern und alles. Keine Ahnung. Ja gut. Wenn das hier. So ein. Komplett übertriebener Typ. Wie bei. Keine Ahnung. Mario 64 Speedrunners. Die sowieso. Ganz genau wissen. Wo sie zu drücken haben. Aber ja. Wenn man so krass aimen kann. Dann ist man einfach auf einem anderen Level als wir beide. Also ich hab auch nicht wirklich einen guten aim in dem Game. Nee ich überhaupt. Also ich fiel viel schlechter. Das kriegst du dann danach. Ach ja. Es ist Freitag ne. Ja. Manchmal krieg ich Sinn aber. Ja. Manchmal halt auch nicht. Ey die haben Blubbel. Und. Hier. Und zweimal. Ich nehme die. Du nimmst du die. Ja ich geh mal nach unten. Warum hat der mich denn unten sofort erwischt. Wie lame. Ich hab alle vier eingekreist. Hab einen. Aber es ist keiner da. Oder gestorben. Hoch die Hände. Ja die machen wir nicht. Ich hab die schon heiß. Ich kann aber nicht oben gehen. Weiß nicht. Ich dachte mir sonst so. Die mit dem Feindersperse. Ja aber. So. Dachte mir halt mit dem äh. Normalerweise bin ich ja mit dem äh. Blaster am einfärben. Deswegen dachte ich mir ja okay. Dann nehme ich mir halt die hier. Aber. Ja. Jetzt kann ich halt nicht mehr so gut killen. Holt euch doch das Klo. Ja. Danke. Naja so ist es Leute. So ist es. Krass. Auch wenn noch kein genussvolles Wochenende. Ich kann auf die Goldfischkanone zielen. Ist ja krass. Die wird anvisiert bei den Raketen. Ja. Also die stand ja jetzt da einfach nur. Und dann das für den Tinten. Weil. Ja gut. Das ergibt dann Sinn mit fünf Stück. Krass. Was. Nicht cool. Hier mit einem großen Alter lebt der Asi. Ja genau. Und dafür trifft er mich dann Hurensohn. Einfach. Einfach ein Hurensohn. Ja der hat gewonnen. Ich weiß gar nicht ob das jetzt hier was bringt mit runter springen. Versuch's. Soll ich? Ja. Oh du lägst ein bisschen. Sag da ist sie wieder in der Mitte. Das ist zwar doof was man machen soll. Der Kanone. Dann hat sich nicht gelohnt. Die sind direkt nach vorne durch. Weil keiner von uns nach vorne gefahren ist. Ja. Oh wir haben jemanden mit der cool Kugel. Ja. Ich weiß ich das auch mal. Loll. Oh hab einen. So ab. Drei anvisiert. Ja. Wow. Schön. Danke. Das wieder weggeschwommen wurde. Oh hab ihn. Bin aber auch gefloht. Toll. Jetzt mal wieder. Bitte zur Kanone gehen. Schön zu sehen. Wie die Team-Mails Angst davor haben das Krieg einzusammeln. Also mit dem nervigen Hydranten da einfach ey. Ja durch die Wand. Ich bin durch die Wand gestorben. Aber jetzt wirklich das ist nicht dran vorbei. Sondern wirklich der hat durch die Wand geschossen anscheinend. Oder gibt es hier Wände wo man durch. Als ob ist hier Wände. Genau in der Wand wo du grad stehst. Der hat von der anderen Seite stand der. Jetzt schießt der schießt schon wieder durch die Wand. Hä? Gibt es hier Wände wo man durchschießen kann? Nein. Bei COD gab es das halt. Ja das geht mit vier. Okay. Richtig. Ich hab drei anvisiert. Jetzt holt sich keiner die Kanone. Und die da jetzt fast gespawnt. Ich hab sie. Keiner kommt. Ja gut. Aber auch ein bisschen. Brompen-Ding. Oh, war bei. Ja, schön, schön. Sweet. Oh man. Infernus. Äh, Bombe. Ja. Hahaha. Geil. Der ist einfach durch das Infernus zu mir hingerannt gekommen. Und ich hab ihn sogar noch mitgekillt. Wo schmeißen die denn immer diese Cool-Kugeln hin? Schmeiß die doch auf die Dings drauf. Da sind doch sowieso die Gegner auf. Abweilen. Ja. Und jetzt sich keiner nimmt. Ja. Hey. Wir hatten gar nicht die Möglichkeit die eins zu sammeln. Was denn das für Betrug? Aber ja gut. Wäre sowieso nichts geworden. Sieht nicht gut aus falsch. Nö. Sieht nie gut aus. In der Runde davor ja schon. Aber jetzt hier nicht. Da müssen wir einmal kurz rausgehen. Ja. Ich glaub das auch teils von dem Matchzug vor die Gegner jetzt. die vorherigen Teammates waren. Ja. Einmal kurz rausgehen. Ja. 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 Meine Angst vor Mates, sagt er, hat der. Steht's mit Kotze? Von echter Kotze? Ich probier's damit mal. Ich hab auch meine Lieblingsgranate. Und damit werde ich bestimmt besser killen können. Oder gar nicht. Ja. Killst du mich nur die ganze Zeit damit? Ja, genau. Ich schieße lieber auf den Bart. Ja, ja. Rummabbeln. Ich drehe die Kamera und sehe einfach noch so was wegglitschen. So wieder dieser M1000AD. Aber diesmal mit dem Zauberschreibstuck. Ich dachte jetzt, ich habe den Disperse, meine Güte. Ja, alter kalt. Oh, hab ein. Also, beziehungsweise durch die Dingsbogen zu den Blacks. Jo. Das war richtig. Krass. Achso, von dem. Boah, hat er eine Reichweite. Alter, geh dran. Ja, der Ito, der ist gerade der ganz hinten. Wow, wieder keiner. Oh, ein Hitte sogar. Ja, klar. Dynatorla Tesla. Lüfte mit Strom. Wieder toller Tesla. Man. Ja, den kriege ich nicht mehr in den Snack. Oh, ja, voll. Du kannst mir auch Reichweite geben. Spiel. Oh, Erdin. Nach links, nach links. Achso, der ist ja auch direkt eins. Stüdel. Ja, ja. Ja, links wäre kein Gegner gewesen. Ja, hätte man mir die Säule eingefährt, wäre ich da drauf gekommen. Ja. Aber naja. Ja. Wo sind die denn? Dahinten. Oh, das sieht so aus hier. Oh, Energie. Sehr gut. Was hat mich gekillt? Na, die Bombe? Hab ich auch nicht gesehen. Nee. Nee, das muss. Ist ja durch ein Lake passiert, aber da war nichts. Löl. Ja, ich glaube, da geht auch mal ein Länger. Ja, ich glaube, da geht auch mal ein Länger. Wird mal gerne ein Lack. So, und. Ja, die sind einen runter. Ah, klar. Instantbomben. Wieso können die Haftbomben, wieso explodieren die denn direkt? Wenn man das gegen den Schild schmeißt, explodieren die sofort. Oh, wow. Mein Ernst ist mein Schild. Wo willst du lange durch? Ja, schon wieder. Ich, ich. Ich, der. Wieder durch ne Bombe. Ich sterbe nur durch Bomben. Es sind keine Bomben. Ich sehe jetzt hier wenigstens mal, dass da ne Robobombe war. Oh, ich kann mich durchlacken. Ich kann mich durchlacken und hab's. Ja, schön. Geil. Leute, schieß doch drauf. Da ist doch direkt einer gewesen. Danke. Ja, das kann doch nicht sein, wenn du sagst, ich lege. Ich sehe ja auch nichts. Keine Ahnung. Nein! Nein! Wohlt sich bitte einer das Ding, sonst warnt das wieder in der Mitte. Ja, natürlich. Das haben die Gegner schön abgeschätzt. Kann der bitte mit dem Schrauber... Zauber, Schreibstock, auch den Rest bitte machen und nicht nur färben. Wahnsinn, Kugelkugel auch direkt explodiert komplett. Achja, wieder dann natürlich von der anderen Seite greift man welche an. Ja, klar, wieder Einschuss und direkt tot. Die ganze Zeit. Es ist so erniedrigend. Wieso hat denn jetzt die Explosion der Goldfischkanone mich gekillt? Schieß doch drauf! Ja, mich hat jetzt auch die Explosion der Goldfischkanone... Ja, die Barriere hat mich auch zerstört jetzt von der Goldfischkanone, obwohl bei uns... Obwohl das unsere Farbe war. Die hat mich umgebracht. Ist selbstverständlich. Klar. Hier ist irgendwas nicht richtig. Glaubt mir. Diese Bombenexplosion, die überhaupt nicht da sind. Die Goldfischkanone killt mich die ganze Zeit, obwohl die nicht da sind. Jetzt hat mich auch wieder eine Bombe... Da war keine Bombe! Geh mir nicht in den Weg! Danke! Und schon wieder jeder Schuss abgelenkt von einem Mate! Ja, Wahnsinn. Absolut Wahnsinn. Das war nix. Willst du noch ne Runde, oder...? Nö, ich denke, ich mache Feierabend. Ja, gut. Wirklich, als wäre irgendwas verbuggt hier. Also da bin ich echt gespannt auf die Videoaufzeichnung. Die kannst du ja wieder professionell analysieren. Wenn die so in zwei Jahren erscheint. Ja gut, ich weiß jedenfalls, dass ich den Fernblaster hier nicht nochmal spielen würde. Guck dir nicht meine Punkte an. Deine Punkte? Nein, nicht angucken. Nix angucken von den Werten. Nicht angucken. Nein, wer? Und tot. Och, das war aber gut, Buzz. Hör mal. Bin hier nur am sterben. Ich bin wirklich nur am verrecken gewesen. Die ganze Zeit. Ich kann es mir nicht erklären. Wirklich nicht. Ich kann es mir nicht erklären. Gar nicht. Ja. Naja. Oh. Meine Konzentration lässt aber auch schon langsam nach. Oh. Von der Wanne habe ich ein... Abzeichen. Abzeichen? Ist das ein Abzeichen? Oh. Und noch den Katalogbonus. Oh. Oh. Daneben. Oh. Cool. Das letzte Ding. Bei Geld habe ich heute auch nicht viel gemacht. Schade. Ich würde gerne streamen. Mein Hund hat mein WLAN-Kabel gefressen. Also... Also das stimmt ja alles irgendwie nicht. Ich würde gerne streamen. Und? Na gut, WLAN-Kabel, glaube ich dir. Das ist eine U mit den Sinri-Us. Ja. Verkauft habe ich, glaube ich, auch alles. Ja, brauche ich eigentlich gar nichts mehr hier machen. Achso, ich wollte hier noch den Abzeichen gucken. Wo sehe ich das Ding hier noch? Achso, das war... Hier war das. Stögel. Titel habe ich nicht. Nee, kein Abzeichen. Ah. Gelernta Kamerad. Krata. Mittagspause. Gemettet Kamerad. Gemettet. Boah, wenn die hier Mett reinmachen. Top-klasse. Und jetzt noch trinken. Ost. Mett. Abgehangen. Ja. Komm ich nimm Gelernte. Äh. King. Komiker. Gelernte Krabbe. Geizkragenkrabbe. Hatte ich das nicht sogar mal? Ja. Gelernte Nummer 4. Gelernte Elmsepper. Gelernte Oma. Weißt du das, Oma? Ah, ich nehm den Profi. Ja gut, Leute. Okay, das war mein Nashorn. Ja gut. Das ist verständlich. Weil jetzt krieg ich mir du noch ne Kacke hier geliefert, ne? Mhm. Ja klar. Finding Momo. Was? Ja, ich mach jetzt erstmal Splatoon aus. Jetzt guck ich mir später in Ruhe an. So, war lustig. War lustig. Ja, und mal sehen wann es weiter gemettet wird, ne? Ja. Vielleicht sogar beim nächsten Mal ein Mettun 1. Ja, stimmt. Das wird ja bald abgeschaltet. Würde ich auf jeden Fall gerne machen. Jo, bin ich gespannt. Das war's. ànhastazen Amen. Vorsy kicked. AVG är ein giftig Ich bin. Untertitelung des ZDF, 2020